So, fürs Meme. Das fühlte sich gerade aber anders an. So, die Mission hier ist aber dafür nicht so mega lange. So, wir brauchen einmal hier. So, ich glaube, irgendwie habe ich hier irgendwie Trigger. Aus irgendeinem Grund hatten wir da gerade Pios zum Start. Keine Ahnung, warum man die uns gegeben hat. Trotz der Tatsache, dass halt direkt am Anfang feindliche Soldaten durch unsere Siedlung laufen und alles abmetzeln. Warte, das ist gerade nicht in Ordnung. Boah, so weit wollte ich nicht rauszoomen. Ich hoffe, ich habe mit dem Gerian ein unschönes Timing erwischt. Dezent, ja. So, die müssen wir gerade ihre Sachen fallen lassen. Hm. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir brauchen auf jeden Fall Dinger, Siedler so rum. Wieder nur drei Äxte. Das ist aber auch fies. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir haben Nahrung, also müssen wir jetzt gerade mal ein bisschen rushen. So, wir brauchen auf jeden Fall Dinger, Siedler so rum. So, wir müssen auf jeden Fall irgendwie das Gebiet da drüben schützen. Da ist Gold, sehr gut. Ist die Pause jetzt eigentlich drin? Ja. Kriegt sogar ihren eigenen Zeitstempel. Ja, ich halte von Sound Alerts tatsächlich nicht mal so viel. So, wir brauchen auf jeden Fall Dinger. So, wir brauchen hier, da sind wir schon früher. So, wir brauchen hier. So, wir brauchen hier. So, wir brauchen hier. So, wir brauchen hier. Vielleicht bin ich eine Spaßbremse. So, es fehlt eine Spitzhacke. So, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! 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 Ich frage mich dezent, ob das auch die Siegbedingungen betrifft, wenn man das dunkle Volk zerstört, aber ich glaube hier auf den Karten ist das nicht so. So, wir brauchen noch eine Steinmine. Es ist möglich, das Geologen Hippie-Mode als Emote einzuf... Als Emote? Wie soll das denn gehen? Nein, man könnte vermutlich den Geologen, dessen Arbeitsanimation könnte man als Emote nehmen. Dann kann man Nipi dazuschreiben. Jetzt ist aber... Jetzt kommen hier aber die Burns. Wie die Soldaten aber auch komplett an den dunklen Gärtnern kleben. Wir müssen das dunkle Volk ob lange sich natürlich auch ein bisschen zurückdrängen. Ich frage mich. Ich frage mich. So, die laufen hier einfach durch. So, machen wir dann schon wieder eine Spitzhacke. Also... So, mit L3ern. Also ich würde mal behaupten, wir sind jetzt safe. So, ich glaube hier sind auch ein paar Trigger, wenn da große Türme gebaut werden, dass... So weit erinnere ich mich zumindest, dass dann Angriffe ausgelöst werden. Das Wegesystem S4 ist nutzlos. Naja, es dient halt auch eigentlich mehr der Ästhetik. Aber ja, es hat... Nicht... Nicht... Äh... Den riesen... Unterschied. Also ich finde selbst wenn man genau hinsieht, siehst du es kaum. Man muss auch dazu sagen, dass halt auch nur normale Siedler davon profitieren, aber halt nicht Soldaten oder so. Und ich glaube, wenn Soldaten davon profitieren würden und wenn man dann noch Straßen irgendwie gezielt anlegen könnte, dann hätte man vielleicht auch ein paar Use Cases. Also gerade wenn man halt eine Verbindung zu einer anderen Siedlung dann schaffen will, wo vielleicht auch Esel langlaufen. Dann kann man so natürlich auch eine Handelsroute boosten. Oder Reaktionswege für seine eigenen Truppen verringern. So, wir benötigen noch auf jeden Fall ein paar Safe Spaces hier. Kriegen wir irgendwo ein Holzlager reingequetscht? Ich glaube nicht. Aber jetzt gerade bin ich sehr froh, dass der Musikbug gefixt ist. Bzw. dass ich den damals gefixt habe. Das ist ja auch eine wilde Story tatsächlich, wie das dann in der History Edition gelandet ist. Weil sonst hätten wir schon so oft die Musik an und aus machen müssen. aciesbriefs zu spielen. Das ist ja auch ein, was ich glaube nicht zu tun. Wenn ich jetzt mal so, dass ich wahrscheinlich ein paar Tage überraschte Bekämpfer sein würde, Dann kann ich mich so aufpassen. Ich habe eine gute Idee. Boah, das Testing ist ja auch was für Schwächlinge. Ich finde es halt erstaunlich, dass sie das über vier Add-ons dringelassen haben. Oh, hallo. Ja, snackt euch ruhig die paar Siedler. Dann lasst euch dabei abknallen, das ist okay. Ihr holt euch ja niemanden, also niemanden wichtigen. Ich weiß nicht, dass es eins im Chat und das ist Yippie im Chat. Oder Chinchilla ist im Chat. Yippie ist, glaube ich, tatsächlich noch bei Zocker Lounge eher etabliert. Okay, Leute, wir benötigen unbedingt Eisen. Eisen ist gerade der Flaschenhals. Also liefert mal bitte. Deine Katze. Katzen sind auch cool. Aber irgendwie habe ich in letzter Zeit, in den letzten Jahren das Gefühl, ich mag Katzen, aber ich habe das Gefühl, die Katzen mögen mich nicht. Ähm, wo wolltest du denn hin? Katzen mögen niemanden. Ach doch. Ist die Gruppe mit 18 Leuten schon zu groß? Hast du noch alle im Blick? Ähm, also ich dürfte als Erzieher eine 18er Gruppe nicht alleine beaufsichtigen. Was nicht heißt, dass es nicht passieren könnte, dass man es trotzdem machen muss. Kommt aber natürlich auch aufs Alter an. Also ich sage mal, so eine U3-Gruppe ist ja mit 10 Kindern schon voll. Ja, ich sage mal so, im sozialen Bereich muss ich leider echt sagen, ich bin nirgendwo besser behandelt worden, als ich bei der Zeitarbeitsfahrer war. Also ich habe nirgendwo besser verdient und weniger gearbeitet. Warum dürfen die Arbeiter des TV durch dein Land, aber deine Träger nicht? Weil das dunkle Volk ja eh keine Grenzen hat. Also das kann ja gar nicht anders. Okay, wir müssen gleich ein paar Werkzeuge ersetzen. So, da hat er sich ein paar Bauarbeiter gesnackt. So, wir brauchen eine Spitzsacke, eine Axt. Und dann machen wir noch ein paar von denen. Du warst, ja, hör auf. Das ist ja auch so ein Klischee inzwischen. Mit, äh... Das war es ja schon immer irgendwie, aber... Ich sage mal so, vielleicht hat es auch mal eine Zeit gegeben, wo das gestimmt hat, aber die sind halt auch schon lange vorbei. Und dann machen wir noch ein paar Mal. Leasing vom Zeitarbeitszimmer-Bars. Da habe ich anderthalb Jahre für gearbeitet. Das dürfte sogar mein längstes Arbeitsverhältnis gewesen sein. Eins, das ich rückwirkend betrachtet, auch hätte fortsetzen sollen. Lärthalb Jahre für gearbeitet. Ja, das ist... Ah, ich habe gerade gegessen und jetzt sind wir bei Mission 7. Wir versuchen hier gerade mal so ein bisschen ein paar Safe-Zones zu schaffen, dass, äh... die ganzen Soldaten und Schamanen, die hier durchlaufen, nicht, äh... freie Bahn haben. Aber hier ist es tatsächlich nicht so einfach mit, äh... ohne Fleisch, stelle ich fest. Aber so wirklich viele Wildtiere gibt es hier auch nicht. So, mach mal die Bäume bitte weg. Ähm, nein. Weil das alles Böckchen waren. Das ist einer von diesen High-on-Fire-Fanatiken, die bei der ersten Gelegenheit den Arbeitgeberweg so ein bisschen mehr rauszupressen. Äh, nein. Das Ding war auch der... Äh, nee. Ich bin, äh, tatsächlich gegangen, weil, äh... ich versetzt wurde an... äh, ein Ort, wo ich eine recht lange Fahrzeit hatte, wo ich dann gesagt habe, das kann ich nicht ewig machen. Und da sah ich dann so ein bisschen als Zeichen, mich mal vor Ort umzugucken bei den Trägern. Aber das Längste, was ich an... äh, was ich, äh, über die Zeitarbeit an einem Einsatzort war, war neun Monate. Und es ist auch nicht so, dass die Zeitarbeitszimmer dich groß rumschickt. Es geht ja eher darum, wie lange dich die, äh, die Träger halt bezahlen. Kannst du die Steinmine mal nicht komplett vernachlässigen, bitte? Ginge das? Musik 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 Ja, du findest keine Steine mehr. Das müssen wir gleich mal korrigieren. Grün eiert auch nur rum. Dafür ist Blaugut am Start. Ich glaube, theoretisch könnte man hingehen und sich zu Blau durchschlagen mit ein paar Gärtnern. Das Dunkelern dann Tierwerk machen und dann könnten wir die KI zu uns expandieren lassen. Grundsätzlich würde das gehen. Musik Multimative Gewandungsanfahrung. Wow, sie hatten ein... Ne, da ist noch einer. So, auf der Grundlage, dass hier recht wichtige Sachen sind. Machen wir vielleicht mal hier noch ein Safe Space. Jetzt brauchen wir einen Gebärden-Dolmetscher für den Stream, damit Creative noch mitmachen kann. So, auf der Grundlage. 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 So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir brauchen auf jeden Fall noch eine zweite Eisenschmelze, ansonsten wird das nichts Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich meine meine normalen Videos, dadurch dass ich da das Skript immer als Captions hochlade, in der Hinsicht sind meine normalen Videos sogar ziemlich barrierefrei. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Habe ich da nicht 8 eingestellt? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt laufen sie noch extra hier durch den Wald Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So langsam brauchen wir doch mal ein paar Rohstofflager Ja, animiertes Geologen-Emote sollte es dann aber schon sein Da müsst ihr euch aber für einen Geologen entscheiden Ich würde tatsächlich zum Trojaner tendieren, weil dessen, ich finde der ist am klarsten erkennbar Ich habe, was ich zum Paar machen? Dann höh ich nicht bei dir aus. Dann schau ich mal ein paar breaks Ich habe, was ich habe, nicht bei dir. Dann das ist noch los, aber nicht bei dir. Dann nach wieder zu oder an, überisen die Gericht Ich bin ich dabeiる, wenn die Gericht Ja, ich bin da gut im Gericht Ich bin ich hier auf die Gericht Schn theres Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich habe leider keinen Platz für einen großen Tempel hier, das ist ein bisschen tragisch. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, der lässt schön alles hier verdornen. Wie nett. Machen wir zwei neue Sensen. Und wir rollen mal beim Römer ein bisschen auf. Ja, so wie jetzt das Kind hat geschrieben, dass die KI auf der Karte absolut nichts gegen das ZDF macht. Ja, das stimmt. So, dafür, dass die Karte Freunde in der Not heißt, macht die KI halt wirklich nichts. Doch, sie snaket sich hier so ein bisschen lang, zumindest die grüne. Da oben, sich durchzusnaken, wäre wahrscheinlich einfacher als hier. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Das ist ja. Das läuft, hier läuft, das sollten wir gleich haben. Ich bin mal gespannt auf Dark 9, ich glaube, ich habe das noch nie komplett gespielt, seit mein Fix-Skript drin ist. Oder habe ich beim Missionsguide schon? Ich habe es ja beim Missionsguide auch verlinkt damals. So, kommt Matt, sieht mal bitte gerade den Schamanen weg. Das geht es nicht. Ich bin mal mit dem Schein und ich bin mal ganz schön. Ich bin schütt, mir ist gut, wenn ich mich nicht mehr so. Ich bin mal mit dem Schamanen. 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 Ich bin mal mit einem Schamanen. Oh, war sehr knapp geworden hier. Ach, dafür läuft der jetzt auch und sitzt gerade schön hier durch. Oh, war sehr knapp geworden. Schau Mädels, ich habe das aufgegriffen in dem Siedler 5 Story Video. So ist es nicht. So Mario, willkommen zum Stream. Hast du 100 Bits übersehen? Ja, stimmt. Ich sehe es jetzt erst. Dankeschön. Ich sehe es nicht. Blau ist aber auch wirklich sehr stark versorgt, im Vergleich zu Grün. Gelb ist eigentlich total unterversorgt. So, das war Mission 7. Okay, ein paar Pilzwaben haben sie, aber das meiste ist halt hier vorne. So, Mission 8. Die könnte schnell gehen. Bits gibt es ja auch noch, da bin ich nicht Platz 1. Stimmt, Bits haben ihr eigenes Liederwort. So, ich glaube einen Förster werden wir hier nicht benötigen. Ja, die Mission, das Zeitlimit ergibt auch irgendwie, finde ich, nicht wirklich Sinn. Ich weiß, dass mein Vater die Mission, glaube ich, mehrmals verloren hat, weil er einfach nicht wusste, wo Gold zu finden ist. Voilà, also die Fischhörte sollen vielleicht weg. Okay, nee, da passt nichts anderes hin. Okay, das wieder geht? Wirklich? Okay, ich weiß, wirklich. Okay, ich habe da erste Kugel. So, sag' Leute, dass ihr seid? Tschüss. Ich bin sehr schön. Mein Kind ist ein Kind. Oh,信心? Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. So, ein Jäger nach hier. Wir haben jetzt auch gezielt Zierobjekte hier gewählt. Ich glaube, das Skript reißt sogar extra Zierobjekte ab, welche, die man nutzen könnte, um Gold zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das durch Balance Changes nötig war oder ob es einfach erst im Nachhinein aufgefallen ist. Naumi, 1000 Bits, danke schön. Klar kann das jemand aber anscheinend nicht tolerieren, wenn Leute ihm die Spitze klauen. So, wir haben zwei Schmiede, sehr gut. Schäfel, warum auch immer. Ja. Ich weiß nicht, ob der Schmiede wird gecretet. Ist das schlimm? Auf, hier schwefe ich mich schnell, bevor es knapp wird. Ich musste mir damals abgewöhnen, vorzuspulen, weil das mir auch oft das Genick gebracht hat, wo ich nachher als Kind, weil ich zu ungeduldig war. Ich muss auch sagen, dass ich im Stream um gerne Vorspulen einsetze. Und wieder herrschel. Ich weiß nicht, ob ich das 시청iereEND. Das Fels. Das ist komplett. So, hier kann ich ja schon mal die Sachen sammeln, die dann später per Dieb transportiert werden müssen. So, hier ist es ein Teil des Schrausses. So, jetzt ist es ein Teil des Schrausses. Das ist ein Teil des Schrausses. Das war's für heute. Ergmann habe ich zwei. Ich habe noch eine Splitzhacke, das passt. Ich will es möglichst ohne Handelsschiff machen. thee sind, über 28,000. So, wirklich war das auch schon mal ein bisschen Ich würde es noch nicht sagen, dass es die Die Gelegenheit ist nicht so schlimm Ich bin ein bisschen Ja, aber ich habe es noch nicht Also, wir sind den Knoten Auch nicht Ich habe es noch 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 nicht Da passt auch die Steinmine bei euch bitte mal zuerst. Das war's für heute. Geht's schon mal da hin. Hi, Henny. Wie geht's? Ja, wir sind jetzt bei Mission 8. Jetzt auch schon fast 8 Stunden dran. Aber ich hab zumindest vorhin was essen können. So, wir benötigen gleich eine Spitzhacke, aber die können wir noch nicht hinlegen. Das müssen wir erst machen dann hier. Ach so, das ging nicht an mich. Ja, ich hab irgendwie gerade einen Zahlendreher gehabt und deswegen gedacht, dass die Frage von Henny an mich kam. So nach 8 Stunden darf die Konzentration, glaube ich, auch mal ein bisschen nachlassen. So, und ein Schwertkämpfer läuft. Wobei, nee, sollte nicht. Nein. Der Grafstein. Ich kann ja auf dieser Karte keine Zielobjekte bauen, ne? Ich hab kein Gold auf dieser Insel. Wir machen das in der nächsten... Wobei, in der nächsten Mission haben wir Maya. Zauber dir Gold. Hätte ich direkt am Anfang Priester, dann wäre diese Map wesentlich einfacher. Such dir einfach gleich in Mission 9 noch ein Zielobjekt aus. Wobei, in der nächsten Mal. Tempelstufe 1 und schlechtere Priester. Wie soll ich das denn machen? Es ist sehr nett von dir, dass du dem Handy einen Sub schenkst. Geht ja nicht, dass wir Leute im Chat haben, die keinen Sub haben. Er hätte mit Suppe gegessen, würde ich mal sagen. Mensch, Creative, du hast deine Hücke höher wieder. Ja. So, kann ich von dem Marktplatz die Sachen nehmen? Nee, ne? Nein. Nein, ich kann nicht von meinem eigenen Marktplatz planen. Ich muss das recht abreißen. Jedenfalls sieht die Sache auf die Sache um die Vigilanz zu verletzen. Swyni beklaut sich selbst, wird immer lustig, wenn er dann irgendwann Demenst hat und so. wenn auch die Polizei einschaltet. Ich hab zwar keinen Sub, aber das bin ich schon persönlich gesehen. Das stimmt! Wobei ich mich rückwirkend halt schon frage, was die Leute erwartet haben, als ich kam. Also inwieweit ich deren Vorstellungen entsprochen habe äußerlich. So, zwei Esel werden wir noch hin. Ne, es geht mir ja nicht um die Relevanz. Es geht darum, dass äh, was sich die Leute halt vorgestellt haben. Was, äh, wie das Gesicht aussieht, was zu der Stimme gehört. Aber das heißt doch allgemein, dass man seine Helden nie treffen sollte. Das stimmt. Nein, nein, Leute, nicht die... Ihr sollt nicht die... Okay, ich dachte schon, sie nehmen die Kohle jetzt hoch. Äh, wir brauchen einen Hammer. Wo ist der eine Geologe? Hier machen wir schon mal Start-Stop und stellen schon mal zwei Karren ein. Ich hab die ganze Zeit ein Video zum Autismus im Kopf. Habe ich das vor oder nach der Laden released? Zwei Wochen davor oder so, okay. Wo ist der Wagenbauer da? Ey, kommt Leute so... Okay, ja doch, das reicht jetzt aber auch an Eisen. Mensch, die Fähre ist sogar schon fast fertig. Bei mir fällt auf... Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Rohstoffe. Ich weiß nicht, ob das so realistisch ist, dass wir das ohne Handelsschrift schaffen. Aber ich arbeite so ungern mit dem Handelsschrift, weil du es nicht steuern kannst. Ich weiß nicht, ob das so realistisch ist. Ich weiß nicht, ob das so realistisch ist. Wenn ich weiß, dass wir das trotzdem machen haben. Ich weiß nicht, ob der Wind ist. Ich weiß nicht, ob das so realistisch ist, was wir brauchen, wie die Wind ist. Ich weiß nicht, ob das тип sein kann, wie die Wind ist. Aber ichек Also ich glaube, bei der veganen Challenge komme ich nicht drum herum. Hier mit einem Handelsschiff. Wobei, ich habe ja Zeit. Also so ist es ja nicht. Aber ein Handelsschiff wäre... Das Problem ist halt wirklich, dass hier die Piraten rumfahren. Ey, Leute, kommt schon. Und noch einen... Noch einen Esel brauchen wir. Wir haben nicht genug Bretter, um den Übernusskarren zu beladen. Könnt ihr vielleicht mal den... Baut doch mal bitte jetzt hier das Ding zu Ende. Wäre nett. Sweeney, wie denkst du dich aus? Ich habe da kein Bild vor Augen. Halt. Okay. Musik Ich brauche noch ein paar Henner. Musik 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 Wieso haben diese Gebäude eigentlich so eine hohe Priorität über alles andere, was Baumaterial braucht? Musik 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 Jetzt kann man komplett vergessen mit, äh... Musik Also ohne Handelsschiff ist das halt doch sehr viel krampfiger irgendwie. Du hast halt die Wahl zwischen Pest und Cholera in dieser Mission. Entweder ein Handelsschiff, was dir halt in die, äh... Hier in die, äh, Handelsschiffe, also in die feindlichen Pianenschiffe reinfährt. Musik Musik Oder halt, äh, Gründungskarren. Musik Andererseits kannst du ja auch, äh, Handelsschiffe neu bauen, sonst ist ja nicht. Musik In der Zukunft mach ich was, äh, mach ich es wohl vielleicht damit. Musik Musik Warum ist deren Parfaiting so kaputt? Musik Sie erkennen, also ich weiß nicht, ob der, ob jetzt hier der Wagen das Hindernis war. Musik Oder ob er einfach die Gebäude nicht als Hindernis erkannt hat. Musik Wo ist der eine Dieb? Musik Wir brauchen nämlich doch noch ein Brett, damit wir die ersten Gebäude bauen können. Musik 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 Das immer fand ich immer super langweich. Es ist halt, das Ding ist, wenn du nicht weißt, was du tun musst, dann ist es halt, äh, nervig. Und ansonsten ist es halt einfach nur, äh, lame. Musik Also wenn die Piraten den Stützpunkt hätten, den du angreifen kannst, und danach ist die See frei, aber du verlierst Zeit dadurch. Wobei halt, ich verstehe sowieso nicht, was das Zeitlimit soll. Musik So, Zeitlimit, so, okay. Alles klar, wir haben das dunkle Volk nicht gefunden, dann ergeben wir uns einfach unserem Schicksal. Musik So, was soll das? Musik Musik So, jetzt nicht den... Hallo! Hör auf, so. Jetzt. Ich nehme am nächsten Mal 100 Schiffe. Musik Musik Was sage ich das Ziel? Äh, wir müssen das dunkle Volk finden und dazu brauchen wir einen Priester, weil wir müssen eine Bergkette freischmelzen. Musik 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 Shit. So, Glück gehabt. Aber die Frage ist halt, ob das Schiff es zurück schafft. Ist das die richtige Insel? Ja, hier ist der Berg. Na, ich wollte eigentlich, ach so rum. Ja, ich wollte das. Wow. Ernsthaft jetzt? Gut, dann baut ihr mal ein neues Schiff. Die Rohstoffe dafür sollten wir ja haben. So, ein Geologe. So, ein Geologe. Die Schwefelmine kann durchaus ein Zielobjekt sein. Really? Nein, darauf lasse ich mich nicht ein. Also erstens ist das Zielobjekt günstiger als die Schwefelmine. Und auf der anderen Seite wird das sonst komplett abused. Ich habe das Gefühl, es ist gewollt, dass man die Werft hier errichtet und dann irgendwie vielleicht noch einen Aussichtsturm da hat, dass man sehen kann, ob die Schiffe gerade langfahren. Das ist ein Glückskarpfen mitgenommen. Na ja, gut, eigentlich sollte das kein Thema sein, hier die Sachen rauszukriegen. Leute, kriegt das nochmal bitte fertig. Was macht ihr da? Und die tun auch noch so, als sollte man hier Mana anbauen. Dabei reicht das Startmana komplett aus. Wir haben nicht genug Bretter, ja. Hm. Oh no. Jetzt habe ich dann auch noch einνοm. Modesto. Ich möchte mich nicht mehr. Da war gerne alles fürs Poss premien. Sch Phil Ich möchte mich nicht mehr investigations nicht mehr haben. Okay, passt das dann klar. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach stimmt, man bekommt ja auch noch aus dem Rundungskarren ja noch die Sachen zurück Das hatte ich nicht bedacht Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Moment, jetzt kommt es sogar hin, ohne dass ich Gebäude abreiße Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, weil dann braucht man doch kein Handelsschiff Also das könnte mein längster Stream bis her werden, weil ich glaube, wir könnten auf die 12 Stunden zugehen Letzte Mission wird dauern, die letzte Mission darf auch dauern, Mission 11 könnte auch dauern Warte, ist das schon die Insel? Ich glaube, wir können auch das ein bisschen die Aufmerksam machen, wenn ich bin, aber ich bin ja noch ein bisschen was. Ich glaube, das hier ist ein anderer Ort, wo man das Gold finden kann, oder? Hat Hydrin einen Cooldown? Ja, hat es. Wir sollten mich ja nicht ertränken. Aber der Cooldown ist eigentlich schon durch. Ne. Vor neun Minuten? Sicherheitshalber? Ich glaube, ich habe es vorhin nicht gesehen. Da ist schon VIPs. Nein. Okay, hier passt aber, glaube ich, gar kein See mehr rein. Ich glaube, ich habe es hier auf der Insel auch Gold drin. Da bin ich sicher. Vom Ben hätte ich das bestimmt auch dann in der Lösung genutzt. Da, hier ist die Bergkette. Sag ich jetzt bitte nicht, dass es die... Doch, da sind die dunklen Bäume. Keine Spur vom dunklen Volk. Ähm... Das hier ist keine Spur vom dunklen Volk anscheinend, wenn es nach... ...nach den drei Völkern geht. So, der Weg des Sonnengottes. Let's go. Was ist das Ziel? Äh, wir haben drei Gegner, die wir töten müssen. Aber die sind alle auf anderen Inseln. Für die Karte habe ich irgendwie so 25 Stunden Ingame teilgebraucht oder so. Wobei, ich glaube, das sollte mit Ubo auch besser sein, weil du halt nicht so viel Mana brauchst, um halt damit Sachen zu reißen. Ich finde hier, diese Startinsel erinnert mich immer sehr an die aus Coast of Death. Ich denke, hier habe ich alles schön getan. Ich denke, hier habe ich auch schon. Ich denke, hier habe ich jetzt einen Unglosen-Geräusche. In mir habe ich noch so gut gemacht. Also nicht das Schöpfchen auf der passen... Du, okay. Ich denke, hier habe ich jetzt noch einmal... Deswegen, ich denke, hier habe ich mit dem Moment in den Oberlin. Ich denke, hier habe ich noch ein paar Zeit. Ich denke, hier habe ich schon bei. Mir war doch auch nicht. Ich denke, hier habe ich jetzt. Das ist schon mal hier. Ich denke, hier habe ich noch mal hier ein paar시간ien. Buoh! Ich-Koll Municipal. Muss ich die Schiffe am Rand verwalten? Ja, das war aber ein Nebeneffekt. Das habe ich ja gefixt. Das war ja ein Nebeneffekt, dadurch, wenn die Spieler besiegt waren, dass die Schiffe dann keine Befehle mehr angenommen haben, aber immer noch gespawnt wurden. Das hier war tatsächlich eine der wenigen Karten, die ich auch als Kind schon hinbekommen habe, weil Inselkarte. Also, wenn jemand geschafft hat, die Hauptmännern in den Hofstadt überlegt haben, das ist zum Ende. Ich bezweifle es. Ich habe nicht ohne Grund das Remaster gemacht, wo die dann auch wirklich safe waren. Inwiefern größenwahnsinnig? Das verstehe ich jetzt gerade im Zusammenhang nicht. haben wir noch... Nein, wir haben keine Geologen. Bis zum Ende. Danke. 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 Wäre mir so ein ohne Safe-Turm. Ohne meine Hilfe wäre noch bei Mission 1 von Nummer 1. Watt? Oh Mensch, stopp, genau, bring mal bitte die Steine da weg. Schau, der haut einfach noch ein Sub raus, also du verteidigst deine Spitze ja wirklich. Schau, der haut einfach noch bei Mission 1 von Nummer 1. Sehr gut, ihr braucht ja auch das Nuzulosium später für die Schwefelminen. Ne? 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 Untertitelung. BR 2018 Eigentlich müsste man ja für das Bauernthau-Nutzlosium mehr Nutzlosium bekommen. Wie wär's mit nem Siedler-Themed-Idle-Game? Schwefelklickers. Also, ich würd' das spielen. Ich würd' das spielen. Ich würd' das spielen. Kittens-Game. Das wurde mir schon erzählt, ja. Was soll ich mit dem S4-Mini spielen? Ähm, Hiebel für Diebe konnte ich tatsächlich ewig nicht mehr spielen, weil das nicht läuft. Aber die dunkle Seite ist halt leider sehr kurzweilig. Warte, Erb der König hatte Minigame? Bienen sortieren? Wusste ich gar nicht. Ach, Siedler 6. Okay, nee, das hab ich gar nicht mehr mitbekommen. Okay. Erb der König ist. Juhu, Schwefel. Die werden ja hier auf der Karte werden, die das sogar vielleicht brauchen. Wobei halt gegen die Schiffe zu kämpfen halt auch sinnlos ist, weil sie eh nachspawnen. Ich weiß aber gerade gar nicht, ob es auf dieser Karte also auf dieser Insel Gold gibt oder ob wir das wirklich aus der von der gelben Siedlung herbringen müssen. Auf der gelben Insel kann man auf jeden Fall sehr gut Mana anbauen. Also in der Mission davor könnte man es auch schaffen, glaube ich. Ohne, dass man ein feindliches Schiff sieht. Aber hier halte ich das für fast unmöglich. Und hier halte ich. Ja, gelb produziert, glaube ich, gar nicht. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Whatever. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht, Aber wir brauchen mehr Wanderholzfelder, mehr Sägewerke, auch mehr alles. Das Minigame ist aber nur die dunkle Seite. Hiebe für die haben sie in der History Edition nicht reingebracht, entgegen der öffentlichen Ankündigung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt wird es aber langsam Zeit für Rot. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir benötigen Pios hier für die Steinfelder und hier unten das kleine Stück. Dann brauchen wir mehr Äxte und mehr Sägen. Gerade halt auch langfristig. Dann brauchen wir größeren Baut. Das ist beliefert, soweit so gut. So, wir brauchen mehr Sägen. Hier findet ihr keine Steine mehr, das ist aber auch normal. So, wir brauchen mehr Sägen. So, wir brauchen mehr Sägen. War das echt so rohstofftechnisch so mau auf der Hauptinsel? So, wir brauchen mehr Sägen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Waifu-Tealist Top 10 Siedler-Waifus Es gibt nur Konkurrer Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben das große Wohnhaus in Minecraft auch noch gar nicht gebaut Also ich habe ja schon den Wurf fertig, aber wir haben es nur nicht gebaut Wir haben das große Wohnhaus in Minecraft auch noch gar nicht gebaut Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, die Karte könnte länger dauern. Ich hatte echt nicht im Kopf, dass das so erbärmlich ist, was die Rohstoffe angeht. Aber dann kann ich nicht im Kopf werden. Das ist die Karte, die Karte und die Schraube noch nicht. Ich habe das Säge von mir so ausgelenken. Das ist ein Schraube. Ich glaube, das ist ein Schraube. Geht doch nicht so ausgelenken. Ich glaube, das ist ein Schraube. Okay, blau produziert. Ich glaube, grün und gelb haben keine vollwertigen Siedlungen. Das wird sich schneller schaffen als ich. Ja. Dezent. Dezent. So, ich hätte gerne ein paar Aussichten zu mir gefordert, dass wir die Gegend hier und die Insel ein bisschen im Blick behalten können. Gibt es Gold auf der Map? Ja, beim gelben Spieler. Wir müssen zumindest genug für einen Tempel hier hinbringen. Welche Map ist das? Mission 9. Willkommen im Leben. So viel Auswahl gibt es bei den Karten nicht, wenn wir die Hauptkampagne spielen. Ganz einfach bauen sich ja wirklich, äh, man kann sich nicht fertig bauen. So einfach mache ich es dir nicht. Ich kann den, äh, den, äh, Ich kann den Tempel trotzdem auf Prio setzen und dann konvertiere ich mir einfach, äh, das Gold, äh, das, äh, Holz in Gold. Hi, Majestic, willkommen zum Stream. Hi, Majestic, willkommen zum Stream. Ich bin jetzt mal im Leben. Mehr mit den Piraten. Genau. Wo ich es schade finde, dass man keine Piratenschiffe modelliert hat, die halt nochmal eigene Stats haben konnten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir brauchen mehr Eisen Beim Trojaner Longplay sind wir noch nicht Aber deine Map wäre ein eigener Stream wahrscheinlich Nur noch ein Dark Mirror Longplay Boah, könnte man machen, aber ich finde die Karten sind halt so schlecht gealtert Machst du nur einen Dark Mirror Longplay? Ich habe keine Zeit für sowas Musik 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 Ich denke, das Schwarzpulver ist halt auch so teuer. Also zumindest, da wir halt nur einen Kohle-Spot haben. Ich glaube, es ist keine gute Idee, dieses alkoholisches Desinfektionsmittel ins Auge zu reiben. Ähm, nein, ist es nicht. Was führt sich uns auf den Gedanken? Hm? Musik Was ist hier? Warum ist hier einfach noch so ein Inselarm? Wo führt der hin? Guckt euch dann, wie das hier am Teasern ist Seid doch vorsichtig, wenn du sowas machst So wirklich Ich schwöre, in dem Moment Wo der Hafen gerade fertig geworden ist Hat hier irgendwie ein LKW gerade gehoopt Ich habe erst gedacht, das käme vom Hafen Musik Ich war mit Chili Uh, das ist fies Was ist hier denn, was noch da vor dem Finger? Ja, deswegen Das macht man aber auch nur einmal Danach weiß man, dass man sich danach die Hände waschen sollte Ich habe keinen LKW gehört Nee, das hat das Mikrofon auch nicht aufgenommen Musik 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 Stimmt Musik Wieso gibt's hier nur einen Schwefel-Spot? Das ist doch kacke. Und ohne Gold kann ich auch meine Kampfkraft nicht wirklich pushen. Und da ist unser erster Absturz für heute. Also in letzter Zeit haben wir das ziemlich oft. Und jetzt auch nicht nur bei den langen Sessions. Und da ist unser erster Absturz für heute. Und da ist unser erster Absturz für heute. Und da ist unser erster Absturz für heute. So, jetzt brauchen wir nur noch ein paar Waffen. Und da ist unser erster Absturz für heute. Und da ist unser erster Absturz für heute. So, und jetzt könnt ihr mal langsam aufhören, das ganze Eisenvollöl für die Werft zu verwenden. Das hier wird, glaube ich, gerade der längste Stream. Und da ist unser erster Absturz für heute. Und mit 62 Kampfkraft. Und dann ein 1 zu 1 Kampf gegen den gelben Spieler. Ja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich konnte aber nicht sehen, welcher Antwort du hast. Größenvergleich mit Streamern. Ja, wenn ich raus habe, dann hat es natürlich Game Capture kein Ding mehr. Er kennt das nichts mehr. Ich habe Mission 9 nicht so nervig in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob ich mir das für die Vegan-Challenge nochmal antun will. Die Leute können jetzt auch rausnehmen. Ich wille eine individuelle Sache. Ichせ dich. So, auf die Gefahren. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe jetzt nur noch auf Schwertis. Okay, ich kann dem, äh, ich kann nur den, äh... Warte, dem Schiff oder Wagen. Folgen die dem jetzt? Tut sich doch auch nichts. Also, ich wusste mal, wie das geht, aber... Ich glaube, die folgen auch ziemlich weit hinterher. Schauen wir, ich versuche uns nachher zu verwenden, ob wir von dir vorgelesen werden. Was? Aber es ist nur noch ein Spiel... Torpedo-Geräusche. Ich bin dafür, dass die Feuerwände von den Maya-Waffen, dass die so Photon-Torpedos geändert werden. Also vom Sound her. Von mir aus auch gerne in der Grafik. Ach, da sind ja sogar noch mehr. Das ist ja noch ein Schiff. Aber ich glaube, das ist mir gerade erstmal egal. Wir haben viel zu wenig Kaka. Also dafür, dass das gerade ein 2-1-Kampf war, war das viel zu knapp. So, jetzt müssen wir gucken, dass die uns angreifen. Reparieren Häfen eigentlich auch? Oder nur Werften? Hier auf die Insel würde ich auch gerne ein paar Diebe packen. Wir hoffen, dass man vielleicht damit ein bisschen was sieht. Wobei ich bezweifle, dass es so viel bringt. Aber ich bin bei so Insel-Karten immer froh über alles, was mir Vision gibt. Aber Gelb wird so pisst, wenn wir mit seiner Siedlung durch sind. weil wir uns dann einfach unsere eigene Version von Farm-Bilder aufbauen. Die Superstarne Werft hin, aber kein Hafen. Leute. Das geht nicht. 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 Ich bin, aber ich bin, das ist gut. Okay, ne, hier gab es gar keine Wüste zum... Hä? Hier gab es keine Wüste zum Start? Hier repariert wird nur am Hafen anscheinend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Beste Weifus Flora, oh, 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 oh. Das ist schon ein bisschen cringe. Ich habe auf dieser Karte, wenn ich uns echt ein bisschen verzeifle, dass ich damals diesen Facts entwickelt habe für die Schiffe. Weil ich habe immer mit dem, mit dem, mit dem Windsheet getestet und wusste nicht, dass Ben halt der aktiv ist. Dass dann sich der Status von der KI nicht mehr verändert. Also wenn ich dann, wenn ich den Sheet genutzt habe, damit ich Vision habe, gelb besiegt habe, dann galt gelb, aber nicht als besiegt. Und deshalb sind die Schiffe weitergespawnt und ich habe mich die ganze Zeit gewundert. Das war absolute Tragik. Als ob die jetzt wirklich von mir erwarten, dass ich hier eigenständig was aufbaue. So, wir brauchen jetzt extra noch ein paar Werften. Das sind einfach nur für die Reparaturfähigkeit. Das ist definitiv zu langsam. Fanart und Memes zu einem Stream. What? Damit kann ich aber nicht dienen. Also Memes in einem bestimmten Umfang, aber... Aber Fanart kann ich nicht. Oh, die See ist so ruhig. Das überrascht mich gerade. Habe ich jetzt einfach nur sehr gute Zeitfenster erwischt oder was ist los? Ja, ich habe schon verstanden, dass die Nachricht mir alle gedacht ist. So, meine Geologen. Weil von denen brauchen wir auch definitiv ein paar mehr. Haben wir überhaupt Steine hier? Okay, doch ein paar. Von würde ich ohne FDR Oscillons zu tun, in der Schule ansonsten. Pflichtweg. Wenn mir die St 17 dauert, Ach, da ist ja noch eins. Hilfe. Ich habe nur geschrieben, was um mich gewollt war. Oh. Nötigt er dich? Pinsel zweimal, wenn du dich bedroht fühlst. Ich glaube, den ersten Tempel bauen wir doch lieber hier oben. Das heißt, wir müssen grün möglichst schnell besiegen, damit hier komplett freie Bahn ist. Lagert das Handelschef gerade für ein Chilafell? Nein. Würde ich nie tun. Die armen Nasen. Creative. Ich meine das ernst mit dem Gürtel. Ich hole den. Okay, reicht's für ein bisschen. Zumindest für eine eigene Holzproduktion. Aber dass hier kein Platz für einen Hafen ist, das stört mich. So. Der Spieler wurde besiegt. Seltenes gelbes Feuerwerk. Ist es pädagogisch schwer, mit dem Gürtel zu behandeln? In seinem Fall ja, weil bei ihm sonst Hopfen und Malz verloren ist. Er ist ja auch kein Kind mehr, daher ist das auch total legal. Einabschleun. Ja. Ja. Du bist mir, glaube ich. Jetzt ist es selber först algo. Doch warum dauert die Reparatur bei Kriegsschiffen so verdammt lange? Oh nein, das Marke auch noch. So, macht mal hier gerade fertig und ihr guckt mal bitte, was es hier an Rohstoffen gibt. Ich dachte, Mission 9 könnte halbwegs schnell gehen. Ich denke, Mission 9 könnte halbwegs schnell gehen. Ich denke, Mission 9 könnte halbwegs schnell gehen. Ach, schade, klar, da kein Glück hier. Das ist echt warm. Warum fahren hier keine Kriegsschiffe durch? Zwischen Gelb und uns waren doch normalerweise welche. Okay. Okay. Also, aus irgendeinem Grund war der hier nicht im Radius. Muss ich nicht verstehen. In dem Tempo brauchen wir tatsächlich noch eine Weile. Ich will eigentlich, ich will echt das, ich will den Hafen hier haben, in der Bucht, nicht irgendwie da außerhalb. Dann latt's mir in den Haus aus. этот Läger ist halt sehr froh, nicht wahr? Klar. Untertitel für circa 5.0 oder? Ich bin wunderschöne. 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 So, da haben wir zumindest schon mal Kohle, Eisen, Schwefel. So, da haben wir schon mal Kohle, Eisen, Schwefel. So, da haben wir schon mal Kohle, Eisen, Schwefel. So, da haben wir schon mal Kohle, Eisen, Schwefel. So, da haben wir schon mal Kohle, Eisen, Schwefel. Antwort ist schön, dass ich dir das. Reichen die Emotes nicht? So ein Mist aber auch. 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 So ein Mist, was muss ich hier lesen? So ein Mist aber auch. So ein Mist aber auch. So, wo ist das Kriegsschiff? Ich finde es toll, dass da eine Werft hinpasst, aber kein Harfen. Ah, da sind die Piratenschiffe. So ein Mist aber auch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, es fehlt ein Esel. Darf das aber auch langsam mal hier fertig werden. So um 4 Uhr in der Früh noch da. Ach, nein. Mission 10 wird wieder normal. Ich könnte hier auch wahrscheinlich viel mehr mit Vorspulen machen, Tobianist. Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, kommt ihr das aber mal ein Esel hier raus? So, ihr kommt mal hier rüber. So. Fehlen Hämmer. Wieso fehlen Hämmer? So. 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 Gibt's hier irgendwo noch eine Insel, wo man vielleicht ein paar Spione-Plätze jagen kann. So. 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 Die ist einfach noch eine komplette Halbinsel. I remember. Ich wollte schon sagen, ich habe doch die Mission nicht so nervig in Erinnerung. Eww. Eww. Und da weg. Warum sagt denn auch keiner von euch was? Oh, 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 oh. Stopp. Da. Das ist nicht gut. Das ist die grüne Winsel. Da ist noch ein Schiff. Das ist die erste geschifffurene Spiel. Danke. Vielen Dank. Anne. Danke. So, jetzt geht hier auch ein Hafen. Dein PC in Trockeneis. Leg du doch dein PC in Trockeneis. So, jetzt habe ich das Ding aber auch gebaut. Jetzt werde ich es aber auch... Bring es aber auch drüber. Überhaupt unsere nächste Priorität ist dann grün. Das wird zumindest ein bisschen ja so ganz mal frei kriegen. Okay. 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 Moment. Moment. Ein oder andere ist die Lane. So. 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 Okay, kein Gold? Die Kohle ist gut und das Eisen auch, aber dann müssen wir Grün echt mit L1 besiegen. Wie ekelhaft. Doch viel zu Billo. Oh, die brauchen auch noch eine Spitzsacke. Oh, die brauchen auch noch eine Spitzsacke. So, Waffenschmiede einmal kurz weg. Pulverhaus weg. Und hier von der Holzschmelze auch. Oh, das ist so micro-elastisch. Haben die mein Handelsschiff gerade versenkt? Ja, mein Handelsschiff versenkt, oder? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Warum wollt ihr immer alles zur Werft bringen? So, auf die Gefahr hin, dass wir jetzt hier die Absturzgefahr erhöhen. Okay, er muss da oberhalb irgendwie sein. So. 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 Boah. Hilfe. Ich hatte aber eigentlich im Kopf, dass die Strecke zum gelben Spieler komplett frei ist, sobald der grüne Spieler besiegt ist. Grün und gelb. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, ich glaube, das Schiff kann langsam mal losfahren, oder? Bei Katapulten, doch, bei Katapulten funktioniert das Katapulte werden ganz normal von Kampfkraft beeinflusst. So, jetzt ist, jetzt geht aber ab. Ich glaube, ich will eigentlich schon in dieser Karte hängen. Ah, hat er jetzt. Hatte ich nicht Steine eingestellt, die rübergebracht werden? Ja, doch, jetzt hat er die Steine mitgenommen. Jetzt, wo sie nicht mehr nötig sind, werde ich jetzt mit Geschenkzauber arbeiten können. Oh, ist die eine Fähre? So, hier hinüber. Nee, hier ist die. So, hier hinüber. So, hier hinüber. So, hier hinüber. So, das läuft. So, hier hinüber. So, hier hinüber. Jetzt wird immer noch eine Splittsacke. Wie kann das sein? Musik. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, grün ist auch hinüber jetzt. Äh, dann bauen wir mal ein paar Ziris, würde ich sagen, dass wir gut traden können. Äh, dann bauen wir mal ein paar Ziris. 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 So, wir waren hier auf der... Ne, ne? Hier auf der Insel ist kein Turm mehr. Okay, dann sind die grünen Schiffe gleich auch weg. Ich komme zum Beispiel von der Insel. K ris局. Ich scheiße, nicht nur ich da, aber ich mache. Ich gehe malen, dass ich da so viel, wenn ich da so gut bin. Ich gehe malen. Ich gehe malen, dass du dich dann schon wieder Examinerst. Ich gehe malen. Ich gehe malen, dass du da ist. Ich gehe malen, dass du da bist. Untertitelung des ZDF, 2020 So Leute, kommt, weiter noch. So Leute, kommt, weiter noch. So, hier. Das könnten wir noch nutzen. So, hier. So, hier. So, hier. So, hier. So, hier. So, jetzt. So, hier. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ernsthaft, jetzt fehlen hier Siedler? Da waren aber noch erstaunlich viele Soldaten. Ach, hier sind ja auch noch Soldaten. Ich habe halt das Gefühl, man soll hier eigentlich halt wirklich die Inseln halt richtig miteinander verbinden. Aber das Spiel will das auf der anderen Seite halt eigentlich überhaupt nicht. Okay. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oder noch längere Streams machen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wer schaut dazu? Ich habe keine Ahnung Das wäre glaube ich für sowas auch viel zu paranoid Jetzt bin ich natürlich genau wahrscheinlich die Schiffe weggesnackt, die... ja... Wo Soldaten drin waren Das wird aber doch hoffentlich jetzt genügen, oder? So was anscheinend... 100% 23 Stunden Ich merke doch jetzt schon, dass ich viel zu lange sitze Ich glaube nach der Mission werde ich erstmal kurz aufstehen und die Chinchillas füttern Und ich fülle die Näpfe auf... Ich fülle die Näpfe auf... Und ich fülle die Näpfe auf... Ich fülle die Näpfe auf... ...gängelig sein... Untertitelung des ZDF, 2020 Wie sieht es euch mit der Landeroberung? Okay, ja. Wir kontrollieren schon wieder mehr als 100% der Karte. Ich habe schon gegessen. Ich habe schon wieder mehr als 100% der Karte. Das ist eine gute Idee. Musik Das war's für heute. Ja, aber man muss die Lurker respektieren. Man muss die Lurker respektieren. Das ist... Das muss jeder für sich entscheiden. So, jetzt ist aber auch gut. Was für eine Kacke. Ich gehe jetzt kurz die Chinchillas wüttern. Ich gehe jetzt kurz die Kacke. 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 Kacke. Und ich gehe jetzt kurz die Kacke. Nachdem ich noch einmal losgekommen habe. Dann hat das mal ein kaffender Holzfl идет. Das wäre dezent wichtig. Er hat lange jumpぞ. Aber es ist funktioniert gar nicht. Ja, ich denke mir nur so Hättest du doch eigentlich ein Wasserwerk hinsetzen können Dann den Fluss ziehen und dann das Wasserwerk wieder entfernen Dass man sicher gegangen ist, dass das passt Hat man aber nicht gemacht Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe auch wieder einen Jäger. Wie nett. Aber ich sehe nicht wirklich Orte, aber auch hier. Ja. Ja. Untertitelung. BR 2018 Dann wollen wir fragen, wie die Chinchillas heißen. Die in den Emotes sind benannt. Ansonsten, wir haben noch den Kasimir, der wohnt jetzt mit Ivy zusammen. Ja, nicht mit Ivy, mit Ivy. Und wir haben noch Jumper, der lebt mit Ivy zusammen. Und ich wundern, Ivy und Ivy sind Brüder, aber die mögen sich nicht mehr. Jep und Jep gibt es nicht mehr. Hast du alles, was glitzert geschafft? Ja, klar. Alles, was glitzert mit Bobo ist halt voll machbar. Wir mussten einmal neu laden, aber da ist einfach auch einer der späteren Kämpfer nicht gut gelaufen. Aber ich war nicht in echter Gefahr. So, war den noch zu Ende? So, war den noch zu Ende. 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 Untertitelung. BR 2018 Oh, mit dem Holz, das ist aber wirklich ein Trauerspiel, ne? Wir brauchen noch ein Sägewerk und wir brauchen noch mehr Holz. Nein, da, so. Oh, mit dem Holz, das ist aber wirklich ein Trauerspiel. Oh, mit dem Holz, das ist aber wirklich ein Trauerspiel. Okay, grün produziert schon. Okay. 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 Und direkt wieder hydrieren. Okay. Ist der Typ mit der Stickstoffpizza? Ähm. Okay. 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 Aber ich glaube, den Start hätte man auf jeden Fall noch optimieren können. So, das Haus ist auch dezent wichtig. Aber erstaunlicherweise haben wir noch keinen Siedlermangel. Also noch werden die Pioniere ausgebildet sofort. Das ist seltsam. Gute Nachtis. Hast du schon Gold? Nein, ich habe hier noch gar kein Gold gefunden. Ich glaube, hier irgendwo hinten ist welches. Warne ich nicht irgendwas? Ich glaube, Gelb ist doch, glaube ich, sogar wirklich so ein verteidigender Spieler. Ich weiß deine Adresse nicht, wie du meinst. Ich weiß, wie du aussiehst. Du nicht, wie ich aussehe. Und du willst mit dem Gültundrohnen an der Stelle vielleicht mal ganz vorsichtig. So, so. 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 Warum bist du hier Schwefel? Ich brauche Gold Ich kann ja noch nicht mal auf Mana gehen Ich kann ja noch nicht mal auf Mana gehen Ich bin schon mal bei dir in der Nähe gestanden, damit ich dir gesehen habe. Ich wusste nicht, dass ich das habe. Ja, kann sein. Ich bin schon mal bei dir in der Nähe gestanden. Ich bin schon mal bei dir. Ich bin schon mal bei dir in der Nähe gestanden. Ich bin schon mal bei dir in der Nähe gestanden. Droh den Chinchillas auf eigene Gefahr, Creative. Die Flasen sind die Flasen, die Flasen und die Flasen sind, die Flasen sind. gab es nicht irgendwo bei dieser map irgendwo hier noch irgendwie sachen war da nicht was und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir müssen mal kurz hier das ändern. Äh. Ändern. Nicht auf die Fahrzeugmanufaktur. Spiel, bist du high? Spiel, bist du high? Spiel, bist du high? Spiel, bist du high? Keine Ahnung, ich hab das Gefühl, ein paar von den Missions könnten haarig werden, wenn wir sie vegan spielen wollen. Das ist so ganz dezent. Musik 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 Das war's für heute. Ich muss jetzt mal eine Sache zu Ende bauen, Jungs. Okay, Geld produziert auch. Aber erst jetzt? Ich dachte, wir werden rechtsneutral. Generisches Maskulinum, abgesehen davon, dass die meisten Wikinger, die wir hier sehen, offensichtlich Bärte haben. Jetzt geht es weiter. Ich nehme ein paar Sachen. Ich bin jetzt mal an, ich bin jetzt mal ein paar Sachen. Jetzt bin ich wieder so zu sagen, das wollen wir keine Bärthaben. Das hast du jetzt reininterpretiert. Oh, jetzt habe ich das Lied im Ohr. Was war gerade das Thema? Creative meint, dass ich Frauen keine Bärte zugestehe. Die Sache hat einfach nur statistisch gesehen, würde ich mal behaupten, dann sind der Großteil der Menschen, die einen wirklich sichtbaren Bart haben, der aus der Entfernung und Perspektive erkennbar ist, Männer. Da sind einige der Wikinger-Transfrauen, wenn sie Werte haben. Natürlich akzeptiere ich sie dann, aber ich gehe auch nicht davon aus, dass die Mehrheit der Wikinger hier trans sind. Ich merke schon, der Stream wird jetzt, glaube ich, sehr kontrovers. Hast du das Schwefel übersehen? Oh, Leute. So. 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 Das war's für mich. 99% der Wikinger sind gar keine Wikinger. Ja, Wikinger ist eine Berufsbezeichnung. Ich weiß. Jetzt will Kredite, dafür soll ich gecantilt werden. Da muss ich aber, glaube ich, ein bisschen mehr anstrengen. Oh, hallo. Da sind Imposter. Ich glaube, es geht los. Wir müssen jetzt gucken, dass der Turm am besten nicht erobert wird. Wir hatten hier schon gerade extremes Glück. Ist noch eigentlich Kelten, oder? Nee, Kelten kam, glaube ich, eher früher. Ich glaube, es gibt ein bisschen Überlappung, aber... Ich würde sagen, Kelten wäre doch irgendwie... ...in Schottland und Gallien haben in Kelten gelebt, oder? Wenn ich dir jetzt ein Bild schicke, würde ich dich heimischen oder nicht haben, weil ich bereits da war. Ich wüsste gerne, wie du... ...ein Bild hinbekommen würdest. So, wie die Wohnung liegt. Also von außen garantiert nicht. Wofür kann ich dir sagen? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und da müsstest du lange warten, wenn du mir draußen auflauern willst Du hast dann so sehr, sehr kurze Zeitfenster bei mir Okay, jetzt fehlt eine Spitzhacke Ein Foto von deiner Wohnung Ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn du die Adresse suchst, dass es da auf Google Bilder Fotos gibt Einfach von der Hausverwaltung aus Ich frag mich ja, wie das für Notch ist Wenn Leute vor seinem Haus dann Fotos machen, halt mit dem Wissen, dass das sein Haus ist Ja, das stimmt Das ist schon, da hast du nicht ganz unrecht Aber ich habe auch schon festgestellt, dass es irgendwie in Skandinavier und Germanen auftrennen zu wollen Nicht so viel bringt, weil dann doch zu viel Überlappung so spielerisch als auch in der Mythologie und so vorhanden wäre Und das würde sich dann nicht wirklich unterschiedlich spielen Ich sag nur, ja, also den Namen, also doch, den Namen kann ich zuordnen Ich guck sein Content nicht Ich guckse mich nicht okay blau hat tatsächlich keine funktionsfähige siedlung dafür grün und links und gelb hier gab es gold oder ich hoffe es dann wird es nämlich mal wichtig ja ich sag mal so zb mit den gehörten helmen da sollte man vielleicht nicht mal langsam mit aufräumen ich glaube auch jetzt die neuere sachen wie vikings die serie und so machen das glaube ich ja auch nicht die ganze vorstellung übersieht glaube ich auch zwei drei helmen die gefunden wurden wo man aber auch inzwischen stark davon ausgeht dass das halt für rituelle oder für zeremonielle zwecke war weil nicht etwas womit die kinder in die schlacht gezogen sind wo geht ihr hin wo wollt ihr hin war das mit monte wo dann irgendwie regelmäßig pizzen zu ihm bestellt wurden oder war das jemand anderes gut das ist natürlich auch das einfachste was ich machen kannst ja wenn ich bin ja schon froh dass wir nicht amiland verhältnisse haben wo du ständig gespottet wirst was ja so trigger happy wie die amerikanische polizei ist im schlimmsten fall sehr schnell dazu führen kann dass jemand eine kugel im körper hat das gehört es mir lust auf ein leckerer harvay pizza als jemand der das noch nie gegeben hat gegessen hat. Ich meine, ich würde es nicht selber bestellen. Aber wenn mir das jemand bestellen würde, dann wäre ich deswegen wie eine Bitch benehmen. Dann würde ich es zumindest probieren. Ich würde es nicht mehr sehen. Da fehlen uns schon wieder Spitzhacken. Aber wir haben jetzt auch das Werkzeuglager fertig. Andere Leute bestellen Pizzen zu den Streamer ohne für die zu bezahlen, damit wir jetzt das Geld verlangt. Ja, stimmt. Wenn du nicht vorher per Überweisung bezahlst. Klar. So, ich bin mal gespannt. Ich habe ja da drüben Gold. Also kann ich es ja auch nutzen. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Na, baut mal schön die Häuser hier fertig. Du fängst bitte an, Steine zu fördern, damit es geht. Femst du fängst? Du fängst. Du fängst du fängst ab. Du fängst an. Du fängst an. Oh, das war's für mich. Das war's für heute. Moment, ihr geht hier hin. Ja, du denkst, du geht ja streamen auch und willst eine Pizza. Nee, du. Ich schaff da jetzt keine komplette Pizza mehr. Ja, du denkst, du denkst, du denkst. Okay, das ist das Wettbewerb. So, die machen wir langsam mal aus. So, ich glaube wir brauchen aber auch mal langsam ein paar Warenlager hier. So, ich glaube wir brauchen noch ein paar Warenlager, aber ich glaube wir brauchen noch ein paar Warenlager. So Leute, mal ein bisschen schneller. Habe ich hier irgendwo noch einen See, wo ich daraus angeln darf? Ich habe hier noch einen Aufmerksamkeit. Ich habe hier noch einen Aufmerksamkeit. Ich habe hier noch einen Aufmerksamkeit. Das war's für heute. Willst du dann eine Rasse in Pizza geben, wenn du den Zuschauer wärst? Nein. Ich habe einen Rasse in Pizza. So, 58 Mana und wir haben noch keinen Priester. Aber ich glaube, an die einen Türme kommen wir, glaube ich, sogar nur mit Kriegsmaschine oder Zauber dran. Also es könnte in über 13-stündiger Watt werden, ich bin gespannt, wer sich das überhaupt anguckt. Und unter Umständen muss ich da den Stream am Sonntag ausfallen lassen. Und jetzt ist es sicher, dass die Das war's für heute. Das war's für heute. Du findest keine Steine mehr, du findest keine Bäume mehr, du kannst das Tier mal ein bisschen frei machen. So Leute, ich brauche das Gold. Dann noch eine Spitzhacke, da fehlt noch ein paar mehr. Genau, bring das mal bitte zum Tempel. Nein, nicht die, die andere, die hier. Ja. Komm, wir machen mal blau weg. Komm, wieso hat man dem blauen Spieler hier die Dinger gegeben, die Priester? Er hat ja gar keinen Mana. So, jetzt kämpfe ich natürlich mit schlechter Kampfkraft. Okay. So, jetzt kommt's die Dinger. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's die Dinger. Also, hier ist die Konsequenzen Sieg Sieg Das war's für heute. So, noch ein Schwertkämpfer da. So, noch ein Schwertkämpfer. So, noch ein Schwertkämpfer. So, noch ein Schwertkämpfer. So, noch ein Schwertkämpfer. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, wer kommt denn da? Ich meine, stellt euch hier hin, dass ihr schön breit stehen könnt. Oh, das geht um. Das war's für heute. So, wir gehen mal mit dem Bogenschütz und Blutrausch darüber. So, mit Schwerdkämpfer greifen wir auch mit dem Bogenschützen, braucht Tieren wir hier, falls irgendwas kommt. Moment, ich brauche aber nicht alle meine Priester. Die Kriegerstatue im Aussichtsturm. So, jetzt wird Blutrausch. So, jetzt wird Blutrausch automatisch geschlossen. So, in der Platten in den uns verändert, sich die Schwerdkämpfer entspricht. So, jetzt wird Blutrausch erscheint. So, jetzt wird Blutrausch und Blutrausch los. Also wird Blutrausch organisiert. So, wenn Sie sich mit Blutrausch schwenken können, meine Blutrausch versuch economisieren. So, jetzt wird Sie noch mal mit Blutrausch eines Blutrausch. So, jetzt ein Blutrausch ist ein Blutrausch. So, jetzt wird Sie noch mal mit Blutrausch. Was ich mir wild vorstelle, ist ja aber anscheinend meine Spielversion, in der der Bekehrungszauber Soldaten in Türmen bekehren konnte. Ich frage mich echt, wie das funktioniert hat. Versuchst du gerade so zu tun, dass der Blutrausch sinnvoll ist? Blutrausch ist auf Kampagnenkarten voll gut. Wie lange ist der? Ach, das ist eine ganz alte Spielversion. Die habe ich auch nicht mehr erlebt. Man findet es aber doch in den Patch Notes. Das ist halt komplett wild. So war es jetzt noch gerade am Rand. Ah ja, hier, ich glaube der eine Turm da, der ist nicht erreichbar ohne Kriegsmaschine oder Zauber. Das ist doch klar. Die alten Versionen aber auch lauffähig zu kriegen, wird ein Problem. So, zuerst Majas oder zuerst die Wikinger? So, zuerst. Das war's für heute. Auf die Majas. Oho, wer kommt denn da? Ist das eine Patrouille? Ist das eine Patrouille, oder? Eine Patrouille, oder? Ist das eine Patrouille? Das ist eine Patrouille. Die Patrouille ist eine Patrouille. Wow, die KI hat sogar ein Lazarett, das sie nicht verwendet. Das war's für mich. Das war's für heute. Moment. So. 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 Grün ist praktisch besiegt. So. 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 And. Ja, hier sieht man wieder, dass es bei den Blicklingern echt schwer ist, die Farbe zu erkennen. Zumindest je nach Blickwinkel. Kann man eins der Wappenübenspiele durch der Inchinchilla austauschen? Äh, jetzt mit HD-Patch müsste das sowieso relativ easy gehen. Das ging auch schon vorher irgendwie während des laufenden Spiels, da hatte ich mal tatsächlich mal ganz, ganz frühe Experimente gemacht. Aber das war immer ein bisschen weird. Sehr schön, die KI versucht hier auf der Insel natürlich nur den Turm hinzusetzen. Hm? Okay. Okay. Das ist gut das. Ja. Wenn du dann im Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ihr habt da, ihr macht beim Tier auf. Okay, das ist ja was wirklich, das ist jetzt Border Gore hier. Okay, das ist ja was. Das war's für heute. So ein bisschen seltenes gelbes Feuerwerk. Oh, hey, dunkles Land. So ist das gar nicht in der Haupt-, also im Originalspiel schon. Wie kann ich das dunkle Volk breitet sich... Äh, welche Bezeichnung? Ich sag generell einfach Feuerwerk dazu, wenn die Siedler am Ende alle sterben. Was geht's jetzt bei... Äh, wir müssen auf eine andere Insel und dann einen dunklen Tempel zerstören. Wieso ist gelb selten? Im Hauptspiel spielst du sehr selten mit vier Spielern. Und ich glaube, auch in zwei der Fälle, wo du vier Spieler hast, ist der gelbe Spielerlustung der Volk. Ich glaub, insgesamt sind es... ... vier Karten, wo du... ... im Hauptspiel, wo du vier Spieler hast. Jetzt wird's doch die Farben... Ja, klar könnte ich das. Hätte ich aber, finde ich, vorher machen müssen. Na, Leute, geht mal hin. Wir brauchen mehr Siedler. Wir haben nämlich gar keine. Ja, ich weiß. Ich kann auch ingame hier die... ... Farben ändern. Bist du sicher einhold oder CAN. Wir brauchen hier mal hier. Supsgeizi ... ... ... ... ... ... ... ... ... Auf ... ... Und die Wappen, ne, die kann ich nicht, äh, in-game ändern. Das ist schade, ich mochte den Daumen nie so wirklich. Aber ich muss auch sagen, irgendwie, ich glaube, so ab dem vierten oder fünften Wappen hast du auch irgendwie gemerkt, dass, äh, da so ein bisschen dann die Ideen weg waren. Im Stream ist das ja auch nice, aber im fertigen Video ist es dann mega verwirrend, wenn sich dann die Farben ändern. Aber auf Mission 12 bin ich mal gespannt. Leute, ich versuche mit Creative Dictionary eigentlich weniger Arbeit zu machen, nicht mehr. Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich wünschte es wäre so Das ist gar nicht wahr. Das ist noch nie passiert. Inzwischen fast zwölf Jahre YouTube und es ist nichts dergleichen passiert. Ich musste gerade echt überlegen, ob ich 2011 oder 2014 angefangen habe. Ich habe 2011 angefangen. Der weiß meine Adresse, der weiß, wo er die findet. Das ist ja nicht so, als wäre die geheim. Ist ja in Deutschland verpflichtend, dass man sich doxen muss. Es wird zu wenig Yippie im Chat. Sind es etwa ein Geologenvolk unter uns? Das ist ja auch nicht geheim. Ich lade es halt nur nicht auf meinem Kanal hoch. Ich lade es halt nur nicht auf meinem Kanal hoch. Ich lade es halt nur nicht auf meinem Kanal hoch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist jetzt auch nicht gerade optimal, was ich hier mache, aber holy shit Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß nicht, ob da nur die dabei waren oder ob da alle dabei waren. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, das wird eine der ersten Gruppen sein, Creative. Das ist ja glaube ich nach Gruppen. Untertitelung des ZDF, 2020 So, eine Spitzhacke, zwei Äxte, eine Säge. Das hat jetzt ingame 35 Minuten gedauert. Ein paar Minuten hätte ich bestimmt sparen können. So, eine Spitzhacke, zwei Äxte. Das war's für heute. Für 6 ist nochmal 2x dort eine Säge. Jo, das hört hin. Jo, das hört hin. Ich wollte gerne mal die Hasen in Minecraft durch Chinchillas ersetzen, aber... Wenn wir hier die Hasen durch meine Chinchillas ersetzen, werde ich nie wieder einen Jäger bauen. Gute Nacht, Astia. Danke fürs dabei sein. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, für die Vegan-Challenge wäre es cool. Gute Nacht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, langsam hätte ich mal gerne ein bisschen Brot. So, langsam hätte ich mal gerne ein bisschen Brot. So, langsam hätte ich mal gerne ein bisschen Brot. So, langsam hätte ich mal gerne ein bisschen Brot. So, langsam hätte ich mal gerne ein bisschen Brot. So, langsam hätte ich mal gerne ein bisschen Brot. So, ich habe ihn jetzt hierhin gepackt. So, langsam hätte ich mal gerne ein bisschen Brot. So, jetzt kommen wir noch gerne ein bisschen Brot. So, jetzt kommen wir. So, jetzt kommt es mal ein bisschen Brot. So, jetzt kommt es mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann geht das Chaos los. Äh, Spitzacken. Warum ist hier Schwefel? Spitzacken. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hey, wir sind doch hier nicht bei Siedler Neuer Allianzen Untertitelung des ZDF, 2020 in S4 reinmodden könnte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Bibel 2. Ja, man muss halt bedenken, die Bibel 1 hat ja noch echt mit einem Cliffhanger geendet. Ich hoffe nur, der Titel lautet nicht die Bibel Neue Alianz. Uuuuhh. Uuuuhh. Die Apokalypse einfach als Ende. Wenn es jetzt als DLC. Aber damit mehreren Enden, bitte. Player choice und so. Okay. Musik Okay, die ist fast durch Du wirst lachen Habe ich das nicht sogar geschickt? Das hat ja tatsächlich jemand Die Bibel Auf Steam veröffentlicht Es hat sogar Achievements Du kannst dann die Bibel lesen Ich glaube, du kannst dich sogar vorlesen lassen Und riesen Achievements für jede Geschichte, die du dir anguckst Oder anhörst Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ihr könnt mal da ein bisschen Land erobern. Auch eine Spitzsackel schon wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir brauchen Steine. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Ziris. Wollen wir eskalieren direkt? Wir brauchen eine Ziris. Wir brauchen eine Ziris. Wir brauchen eine Ziris. So, dann haben wir das. Wir sind geheilt. Hey, irgendwas ist nicht so gelaufen wie es sollte. Ah, es wird ein Hammer benötigt. Okay. 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 Sollte okay sein. Ich glaube das müssen dann 10 damage bei jedem L3er sein. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. So, der produziert gemütlich weiter. So, das war's für heute. So, wir können uns ja mal die Gegend hier schon mal angucken. So, das war's für heute. So, reagiert die KI, wenn ich meine Soldaten einfach nur hinstelle? Oder reagiert sie nur auf Spezialisten? Ah, okay, einer der Diebe war nicht... Das seh ich jetzt erst. Das große Schaufeln. Ja, so könnte man es nennen. Was ist das ohne Tempeltrick? Ja. Wo ich versucht bin, es für die letzte Mission abzukürzen. Ja, gut, wir haben nicht in so vielen Missionen gezählt gegen das Dunkelvolk gekämpft. Bis jetzt war es eigentlich nur Mission 5. Ja, gut, Mission 3 haben wir auch Erdgärten eingesetzt, aber da ist es halt, weil es einfach nur darum geht, eine Fläche zu begrünen. Da macht halt ein Gärtner hat am meisten Sinn. So, 128% Kampfkraft. Also, wenn du das mal nicht gut tradet. Aber es ist noch zu ruhig. Ich meine, das hier ist jetzt, glaube ich, ein Viertel vom dunklen Land. Und hier war nur eine müde Pilzfarm. Und hier war nur eine Waffe. Ich meine, das ist noch zu ruhig. Aber das ist noch zu ruhig. Ich meine, das ist noch zu ruhig. Also, es ist noch zu ruhig. Ich should destroy die Mushroom Farms von meiner Psychokinesis. Ich bin halt leider nicht Silver the Hedgehog, sonst würde ich das jetzt so machen. Wobei die Priester das ja können. Die Priester das ja können. Ah, pass auf, du machst einfach mal noch ein paar Schaufeln, nur für den Fall. Ah, die ganzen Riesenkäfer. Ich glaube, vorher habe ich mir auch einen Spaß draus gemacht, die verpuffen zu lassen. Okay, warte, ich dachte hier wäre eine, wäre der, wäre Wasser gewesen, aber ist nicht so. Bleiben wir mal besser zusammen. Ich will vor, diese Käfer sind eigentlich schon chill aus. Nein. 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 Ja. Gibt es ja irgendwie cool, wenn ein Fluss sich halt langsam selbstständig weiter vergiften würde. Dass da Gärten halt irgendwie entweder ständig gegenarbeiten müssen oder du halt irgendwie halt die Quelle finden musst. Neu im Creative Element Fanshop. Die Käfermäntel. Ich meine, in Terraria gibt es sogar eine Rüstung aus Käferpanzern. Aber die sind ein bisschen größer. Ich meine, in Terraria gibt es sogar eine Rüstung aus Käferpanzern. Ich meine, in Terraria gibt es sogar eine Rüstung aus Käferpanzern. Wir haben doch auf keinen Widerstand gestoßen. Was ist hier los? Wie viel willst du für einen Chinchilla? Ich handel nicht mit Chinchillas. Garantiert nicht mit unserem. Später Ansehen Plays, ganz ehrlich, da landen bei mir eher versehentlich Videos drin. Ich glaube, wenn ich da mal durchgucken würde bei mir, würden wahrscheinlich da so viele Relikte hervorkommen. Ich sage einfach ganz zufällig eine Zahl. Ich kann es auch einfach lassen. Ich glaube, es ist eine Pilzfarm. Okay. Ich brauche mir mal noch ein schönes Ziereset. Okay. Ich liebe es mal. Das ist so ein Ding, was ich an Podcasts nicht verstehe. Es hat ja wirklich jeder einen Podcast. Wann soll man sich das denn alles anhören? Blu, damit kannst du Creative nicht drohen. Er wäre gerne ein Haustier. Wow, hier kommt ja mal Widerstand. Wow, ich würde mal behaupten, das war ein guter Trade. Ja, nur hat den einen Priester verloren. Das war total vermeidbar. Das war ein Spiel. Wann haben wir wieder. Das war's. Wann ist das? Jo, wir haben einfach schon die Hälfte ihrer Streitmacht ausgerottet. Ich würde mal behaupten, wir haben das hier. Aber ich handel ja nicht mit den Chinchillas, also ist es dann auch kein Menschenhandel. Mir mache ich dich zu. Oh, da will aber jemand dominant sein. Okay, das Gebiet ist doch größer. Dann ist das hier so etwa ein Drittel. Schon, wie so die Lebensrundlage des TV zerstört. Das zerstört halt auch unsere. Das ist Überleben des Stärkeren. Das ist ein Drittel. Das ist ein Drittel. Das ist ein Drittel. Ähm... Hä? Wo sind die Schiffe? Hä? Was fahrt ihr für eine komische Strecke? Ist das hier Riffe? Ich dachte schon irgendwie, da wären noch DV-Bogenschützen gewesen, die genau so platziert sind, dass sie das Schiff abfangen konnten. Gratis, meinst du, dass das Eros-Floria wichtig ist, ob du mir drohst und ob ich leide? So, wir müssen mal gerade gucken, was hier alles ist. Und ansonsten müssen wir halt gegebenenfalls den Engpass da blockieren. Aber so viel ist eigentlich am Pilzland. Aber so viel ist eigentlich am Pilzland. Irgendwie hier sind hier... Wo kommen die Sklaven her? Hier sind doch alle vollzählig. Und die Sklaven hätten per Skript platziert werden müssen, weil der Editor das nicht kann. Und ich weiß nicht, ob der Bluebyte-Editor das vielleicht konnte, aber... Und ich weiß nicht, ob ich das nicht. Also in der Vorbereitung, den ersten Kleinen schnappen, habe ich dachte, dass ihr ein bisschen nachgegeben habt. Ich weiß nicht, wöbel was mir zu holen. Ich weiß nicht, ob ich nicht die Sklaven musste, warum ich dann einfach mal noch etwas fit. Ich weiß nicht, ob ich auch keine Spiele vernetze habe. Und ich weiß nicht, ob ich es nicht nur einsch Neuele sehe. Und ich weiß nicht, warum ich weiß nicht, ob es so fl KENNETH vernetze, dass es ja nichts mehr zu sein sollen. Ich weiß auch nicht, was du wirklich, warum du auch immer mehr schiefst? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, macht die mal schön sauber So, macht die mal schön saubern So, macht die mal schön saubern Also dem dunklen Volk sind seine Außenbezirke ziemlich egal, würde ich mal behaupten. Hm. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich glaube mehr Truppen brauche ich aber auch eigentlich jetzt nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das soll kommen? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ihr helft damit, wir teilen uns mal hier ein bisschen auf. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, das geht sehr, sehr nah an die... So viel dazu. Sehr nah an die Flammen. Boa, daı, daa, 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 da, daa, 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 daa! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, die meisten stehen wahrscheinlich wieder da oben und machen nichts Untertitelung des ZDF, 2020 So, hier geht man grad da lang Hier geht man so Hier geht man so Ah, hallo Sag dich doch Das ist das Problem, die Hälfte von den DV-Truppen steht immer irgendwo, wo sie nichts machen können Wenn man das fixen könnte Ich glaube, dann wären einige DV-Karten schon wieder deutlich schwerer Ich schütze die Hälfte von den DV-Truppen und den Super-Truppen bezieht man so Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, theoretisch. Oder zumindest müssten sie halt sofort wissen, dass ich da bin und merken, okay, hier hinten sind wir nicht so hilfreich. Wir sollten vielleicht mal helfen gehen. Okay. So, wir sehen noch drei Pilswarmen. So, wir sehen noch keine Truppen mehr. So, den hier mache ich mit Perz sauber, weil das ist mir ein bisschen sehr nah an der Mauer. Ja, okay, jetzt ist es aber auch wirklich nur noch minimal. So, let's go. So, let's go. So, ich glaube, wir haben noch genug Zeit, das rauszufinden. Ah, das hat jetzt aber lange genug gedauert. So, Finale. Finale, let's go. So, okay. So, okay. Machst du wieder den Trick aus dem Guide? In der veganen Challenge werde ich das wahrscheinlich sogar machen müssen. Oder kann gut sein, dass ich das da machen muss. Hanna, danke für die 100 Bits. Aber hier sollten wir eigentlich ohne auskommen. Eigentlich müsste jetzt der Final Countdown laufen. Am besten die Version, die nie losgeht. Final Countdown, das Lied. Doh, kennst du bestimmt. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Auch wenn du es vielleicht nicht zuordnen kannst. Such mal danach. Es hat mal jemand eine Version gemacht zur Final Countdown, but it never starts. Es ist wundervoll. Und jetzt läuft das Lied. Das ist ein Lieblingsgeist. Ja. Das war's für heute. Das ist jetzt nicht gerade ein unbekanntes Lied. Das war's für heute. So, wir haben einmal 16, 8 und 8. Das war's für heute. So, wir brauchen auf jeden Fall ein Frühwarnsystem, weil das Ding ist, hier kann halt die KI von zwei Seiten kommen. Und man weiß leider nie wirklich vorher, von welcher. So, wir brauchen auf jeden Fall. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, wir müssen relativ früh schon damit rechnen, angerufen zu werden, leider. Die Frage ist halt, von welcher Seite? So. So, wir könnten genug Gold aus den Zielobjekten rausziehen, um ein Tempel zu rushen. So, wir müssen noch ein Tempel aus den ZDF, 2020 So, wir müssen noch ein Tempel aus den ZDF, 2020 Ich glaube, alle 20 Minuten kommt eine Angriffswelle. So, wir sollten dann gleich Lanchester's Gesetze auf unserer Seite haben. Wo ist der Fluss hier oben? So, wir haben hier ein bisschen Sorgen um meine Laniere. Und generell alles, was Werkzeuge hat. Noch können wir keine Werkzeuge nachproduzieren. Aber der Jäger hat schon mal gut vorgearbeitet. Gut, das ist safe-reich. Gut, das ist safe-reich. Ja, das ist okay. 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 Boah, die müssen noch jeden Moment hier sein. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, und wir machen auch direkt ein paar Blasrohre mit dazu. Auf Dauer aber vielleicht eher weniger Schwerter. Axt, na komm, das sollten wir mal gerade tun. Gerade auch für, wenn die Wanderholzfelder ihren Job erledigt haben. Da ist etwas Gold. Etwas reicht vielleicht sogar schon. So. 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 Das war's für heute. Komm zurück, creative. Oh Mann. Sicher, dass du ein Gott sein willst? Ich frag nur. Das war's für heute. Juhu, Siedlermangel. Vor allem gleich Steinmangel, wenn das so weitergeht. Dann theoretisch soll man den Stein ja von hier holen. Ah, will ich das? Ich mein, wenn's gut läuft, können wir den Steinfluch haben. Da oben sind sie. Okay, da hab ich jetzt nicht aufgepasst. Na ganz ehrlich, Werkzeuge sind ersetzbar. Und da hat er meine Sachen verdorren lassen. Wie nett. So, aber Siedler kosten mich Steine. Deswegen wäre es gut, wenn ich die restlichen Siedlers schützen könnte. Das wäre gut. Sehr gut. So, wir haben auf jeden Fall eine Säge verloren. So, wir haben auf jeden Fall eine Säge verloren. Der Rest geht da lang. Ja, Creative, das ist der Trick, wenn man keine Erwartungen hat. Die Blutin, das entscheiden sich auseinander. Aber Speck besser. Ja, wenn man seine Erwartungen niedrig hält, dann klappt das schon. Die Blutin, das ist der Trick, wenn man seine Erwartungen hat. Ja, da fehlt uns auch eine Spitzsache. Ja. Musik Es fehlen aber noch Sachen. Wieso hat es denn jetzt entschieden, dass es ablegen soll? Wohin das Schiff, das wollte partout nicht. Und wenn ich in den Streams mal gucke, ist das, was ich keine Erwartungen habe. Und ab und zu ist es mich trotzdem enttäuscht. Hm. Das klingt nach einem Du-Problem. Warst hier ein Tempel hin, wenn der Baum weg ist? Nein, leider nicht. Ich bin hier die Enttäuschung. Jetzt geht's aber los. Ich bin auch dumm. Wieso schicke ich hier, ähm, Schaufeln rüber? Minen müssen nicht planiert werden. Was ich brauche, ist ein bisschen Holz, ein bisschen Stein für den Staat. Und am besten auch ein bisschen Brot. Ich muss das Gebürge mit den Schaufeln gerade hämmern. Es wäre lustig, wenn es dafür sogar eine Animation gäbe. Ich bin ganzemb ah, schaufeln. Vielleicht? Das war's für heute. 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 Das sollten wir wieder anfangen zu produzieren. Das war's für heute. 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 So, wir bauen eine Burg. Das war's für heute. 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 Noch ein 24 Stunden Stream, hast du zwei Challenges in einer? Nein! Wir haben Radzieglermangel des Todes, komm wir reißen immer mal Häuser ab, wir haben auch die ganze Zeit da, soll das ein Ansporn sein? Ja, wir haben auch die ganze Zeit da, soll das ein Ansporn sein können. Oh, wer kommt denn da? Auch genau da, wo ich den letzten Turm gebaut habe. Können sie fast meinen, die werden davon angezogen. Ne, boah, das nimm uns also ganz, aber ich werde jetzt auch erst nächstes Tätik wieder schreiben. Das ist nicht gar, ich brauche nicht unbedingt ein Upgrade für den Chat. Vor allem um die Zeit. So viele Leute gibt's glaube ich nicht, die verrückt genug sind, sich meinen streamen um die Uhrzeit anzutun. So. So, das steht, da haben wir das. Wir machen mal mit kleinen Wohnhäusern weiter, weil wir grad einfach so überhaupt nicht in Tour kommen. So. 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 Das war's für heute. das Mana nicht, äh, transportiert. So, jetzt geht's los. So, jetzt geht's los. Ich würde es zum более reinigen. So, jetzt geht's los. So, jetzt geht's los. So, jetzt geht's los. Jetzt kommt ihr auf einmal hier unten. Jetzt kommt ihr auf einmal hier unten. So, pass auf. Okay, das war jetzt eher lame, aber zumindest etwas Stein, um uns wieder ein bisschen in geordnete Bahnen zu bringen. Und da kommt auch noch mehr. Okay. 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 So, wir lassen die hier mal pausieren. Wir müssen auf jeden Fall noch hier den ganzen Shit wegkriegen. So, Schwertis machen wir mal nur auf L3, weil wenn nicht so viele von denen brauchen. So, wir müssen auf jeden Falle loslegen. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir haben noch eine Sense. Okay, da hat man sich vorhin eine Sense gesnackt. So, wir haben noch eine Sense. So, wir haben noch eine Sense. Danke, Spiel. Habe ich kein Problem mit? So, wir haben noch eine Sense. So, wir haben noch eine Sense. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin gewohnt, das TV von der CPU-Steuer zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin schlimm, weil ich nicht meine Chinchillas essen würde. So, die Römer und Wikinger könnten das Dunkle Volk natürlich jetzt schon längst besiegen, aber machen sie nicht. So, die Römer und Wikinger sind. So, mal gucken, ob wir das hier weggezaubert kriegen. So, die Römer und Wikinger sind. Vielen Dank. Benutzfruchtbarkeit, ähm, kann ich machen. Ich meine, es sieht wenigstens schön aus, wenn die Sachen alle schön ausgewachsen sind. So, wir können voll auf L3 gehen jetzt. So, Siedlermangel haben wir jetzt auch nie wieder. Mehr RAM reinstecken, du meinst mehr RAM downloaden. So, Siedlermangel. Jetzt sind zu viele Objekte im Weg. Ich müsste vielleicht auch mal wieder ein bisschen Brot rüber schicken. Ich hatte vergessen, dass ich das nicht eingestellt habe. Ich kann ihn nicht unendlich einstellen, also könnte ich schon, aber es wäre uncool. So, Siedlermangel. 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 So, wir brauchen nochmal gerade Geos, wir gucken nochmal, wie es aussieht mit Gold in der Ecke. So, wir brauchen noch ein paar Sachen, wir brauchen noch ein paar Sachen, wir brauchen noch ein paar Sachen. So, wir brauchen noch ein paar Sachen, 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 wir brauchen noch ein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Kanalpunkte mit Spinni Wachstum als Maya benutzt Werden aber genug Leute das einsetzen, wenn ich gar nicht Maya spiele Aber ja, man könnte es vermutlich als Kanalpunkte Belohnung machen Es sieht ja auch wenigstens schön aus, wenn dann die ganzen Pflanzen auf einmal alle erntereif sind Okay, wir brauchen mehr Mehr Ja Ja 134 Prozent, zu wenig Oh, juhu, doppelte Musik Wir brauchen auf jeden Fall eine neue Axt Ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wow, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was hat die denn jetzt getriggert? Was ist denn hier los? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, komm, den Turm müsst ihr mal noch zu Ende bauen. Okay, aber wir haben jetzt auch, wir haben die halbe Armee des neuen Volkes ausgelöscht. Also wir traden schon deutlich besser. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, jetzt sind sie vollzählig. So, jetzt sind sie vollzählig. Oh, hier ist richtig viel. So, jetzt sind sie vollzählig. So, jetzt sind sie vollzählig. Okay, einfach damit es schneller geht müssen, glaube ich, mit dem Priester auch ein bisschen aufräumen. So, jetzt sind sie vollzählig. Okay, doch. Ich dachte schon, jetzt ist die Pilzmange glitscht. Okay. 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 Thank you. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, das wäre wichtig Das ist ein Fisch. Okay, shit. Hier steht der ganze Rest. Hier steht der Rest. So gefolgt, man hat auch keinen Versuch, das Land wieder für sich zu beanspruchen. So gefolgt, man hat auch keinen Versuch. Wir wissen schon, wie viel Nuzlosium müsste denn in der Zeit gesammelt haben? Also selbst ohne auf die ganzen Kisten zu klicken. So gefolgt, man hat auch keinen Versuch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Da ist der Tempel Müssen wir jetzt gucken, dass die Gärtner nicht zu nah daran müssen Das ist der Tempel Ich muss doch schnell Kakao holen Nein, würde ich sagen nicht Das ist der Tempel So, gehen wir da weg Weil zumindest der Priester muss überleben Wenn schon niemand anderes Das ist der Tempel So, das hier ist ein guter Guter Markierungspunkt Da ist eine Axt da, ich brauche eine ganze Menge Ja, ich brauche eine Axt da, ich brauche eine Axt So, kann mal jemand da gerade kundschaften gehen Ich muss mehr steigen, ich brauche mehr steigen, ich brauche mehr alles Aber jetzt kümmere ich mich da auch nicht mehr drum, jetzt ist es fast vorbei Oha, die haben hier sogar, der hat gewonnen Wer hätte das gedacht Boah, nicht so nah Wo geht der hin? Die ist aber neu Oder? Nee, die ist nicht neu Da geht noch einer lang Oha, das dunkle Volk hat sich auch einfach kaum ausgebreitet Das wäre komisch Aber hat das Ich meine eigentlich, dass es auf dieser Karte auch Gärtner haben muss Ich meine eigentlich, dass die Karte auch Gärtner haben Ich bin Monsieur Ultimately, dass die Karte auch noch eink 꼭 Deswegen bin ich mit der Karte, mir geht es auch nicht Ich bin der Karte auch noch so Ich bin der Karte auch nicht Ich bin der Karte eingesteckt Ich bin der Karte auch nicht Wir haben lieber diese Karte ist Und ich bin der Karte, der Karte, das ist ein Mal Da oben geht es ja auch noch weiter. Aber er hat keine Soldaten mehr. Ist alles weg. Einer hat es die Anzeigen. Verletz, die Anzeigen. Verletz, die Anzeigen. 4 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 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 17 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 18 19 19 19 20 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 21 21 20 23 22 25 23 25 25 25 24 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Nach einer halben Stunde sind wir im Endspurt. Oh, 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 oh. Untertitelung. BR 2018 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 Es ist noch eine. Wo ist noch eine? Untertitelung. BR 2018 Wo ist Waldhaber mit Pilzfarm? Ja. Gut, das ist auch zu Recht kritisiert worden. Ich habe das Gefühl, zum Ende hin, da ist einer gelaufen, zum Ende hin habe ich das Gefühl, der erzählt das dunkle Volk viel mehr Pilzfarm. Das heißt, wenn du da nicht gründlich warst, aber auf so einer riesen Lab wird das ewig dauern, jetzt hier alles zu erobern und überall Vision zu haben und sowas. Irgendwo hier muss noch eine Pilzfarm sein. Irgendwo hier ist gerade jemand hingelaufen. Das kann natürlich auch wieder hier hinten sein. Kommt, ihr macht, räumt da mal ein bisschen auf. Die Musik weiß auch nicht, was sie machen will. So. Schütz. Zeig mir bitte, dass es vorbei ist. Es sind immer noch Flammen. Wieso sind da immer noch Flammen? Die war aber doch vorhin noch nicht da, oder? Jetzt. Jetzt ist es soweit. Jetzt. Okay, das dunkle Volk hat aber auch wirklich keinen Mana mehr. Ich habe gerade aus einer Kugel drei Soldaten rausgekriegt. Okay, wobei manchmal startet das dunkle Volk irgendwie, glaube ich, 75 auf und dann spawnt es irgendwie fünf Soldaten hintereinander. Das hatte ich letztens noch beobachtet. Ich glaube, dass es Soh! So, das war's. Wir haben das dunkle Volk besiegt und es hat nur 15,5 Stunden gedauert. Es ist jetzt halb 4 Uhr nachts. Ich muss meine Entscheidungen im Leben überdenken. Und mir überlegen, ob es sich überhaupt heute noch lohnt, schlafen zu gehen. Ich danke auch für das Dabeisein. Und keine Ahnung, also für die Vegan-Challenge können wir glaube ich nicht auf den Tempel-Trick verzichten. Wir werden es auf den Decklinger-Karten sowieso müssen. Aber ich glaube auf den anderen Karten sollten wir das schon nehmen, weil wir gut, wir haben in Dark 9 viel Zeit verloren, aber es war lang. Ich wünsche euch eine gute Nacht.